hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play final fantasy 15 hier auf dem rücken des chocopoos sind wir wieder am start ja wir sind noch dabei uns muss segen zu holen und ja wir scheinen ziemlich nah dran zu sein letzten folge hatten wir es gegen jede menge eisen wie eisen riesen zu tun die nicht so mein fall er hat man direkt für uns einen eingang gemacht hier oder was ich habe ich noch eine folgenpause gemacht in der letzten folge und sind mit dem ganzen dann schon noch machen müssen seien sie schreckhaft das bestimmt die bett höhle also fort drachenzahn sehr beruhigend wenn sie solche sachen gibt trotzdem ziemlich eng naja bei gladiolus wird es eng ganz ruhig bleiben procto nach imps wieder so meine besten freunde durch sind gegen diese effektiv so wie es aussieht hier hier Ich bin aber gut. Ja, genau. Wie ist das? Ich bin aber auch nicht. 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 Das ist ein neues Rezept. Ja, ist schön. Au. Die ganze Zeit das Teilen. Ja, kotzt mich alle an. Von denen hatte ich am letzten wohl schon genug, aber das waren alles Eistupen. Das hier, was macht er denn jetzt? Ich hab so viel in der letzten Folge schon verloren. Das irritiert voll, wenn das hier so viel Zeug ist. Au. Okay. Na, die anderen lade ich beim nächsten Kampf auf. Fallen, ich denke mir, zu Beginn des Kampfes, warum geht denn nichts los? Na, weil... Ignis sich wie ein neues Rezept ausdenken lässt. Hm. Ja, rennt doch an den Feinden vorbei, Mann. Mann. Weil die Vierer bringen auch wieder 0 EP. Super. Oh, alter. Das ist ziemlich verarschen. Kein Bock mehr auf euch. Jetzt ist der Amband. Haben wir das schon. Egal wie, wir müssen irgendwie runter. Ging's. Nimm mich lieber den Weg. Da springe ich nicht so in die Überraschung rein. Die Miss Companion. Die Miss Companion. Okay. Ach, geht doch mal zur Leite. Mit dem Feuer haben wir schon maximal toll. Halt. Ach, geht doch. Hier, du kannst dich nicht wegwerfen. Oh, du kannst dich nicht wegwerfen. Und du kannst dich nicht wegwerfen, oder? Na mal, du kannst dich wegwerfen. Ach, ich bin zuerst. Oh. Und ein weiteres Magieflakon, das ist auch schön. Hä, bin ich nicht von da gekommen? Da bin ich ja gekommen. Na, bleib eben da hinten. Such mich nicht so sehr. Ernsthaft jetzt. Das ist eckerhaft, ihr scheiß Mistviecher. Wie seht ihr das bitte? Betreibt mir. Alter. Ja. Ja. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Nein, nein... Ich glaube, das war so. Ammonit Fossil Ich sag's euch, wenn nächstes Mal wieder so eine Menge auftaucht, dann mach ich einfach die Königsschwerter Naga mein Kind Da komme ich nicht weiter Was ist mit Propto passiert? Von wo? Die da hinten Hopgoblin Komm ich bis dahin soweit Nein Wen soll ich denn jetzt zuerst gehen? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Oh, fuck, man. Mann, jetzt lass mich doch mal mein Dings machen. Das geht nicht. Ich weiß nicht genau, was bei dem am effektivsten war. Ich guck nochmal. Oh, dieser Dungeon geht mir gerade so auf den Sack. Oh, ich muss das trinken nochmal. Habe ich dafür vielleicht genug Fertigkeiten? Das war's. Das können wir sogar nehmen. Geht das wenigstens ein bisschen schneller. Ich glaube, es waren die ganz normalen Klingen. Nee, es war das Speer. Das ist Ignis nicht hier, Mann. Geil. Da ist der mal bei hier ein bisschen drauf. Ich glaube, das war das. Das war's für heute. ja kurz mich genau so sehr an da weg man diesen warte mal ja ich ziemlich endgültig ja 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 ich weiß nicht wie man so übertreiben kann jetzt habe ich aber auch völlig die Irgendierung verloren was ich hier schon gesehen habe und was nicht weiterer titanreif geben wir dir mal den titanreif vielleicht propto weil er nicht so viel aushält jetzt kann er den carbonreif kriegen was sind die anderen alle ich habe mich allein gelassen ich glaube hier sind wir gestartet ja jetzt hätte er auch nicht mehr kommen brauchen ich 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 gehe nochmal hier hoch und gucke ob ich auch da alles habe was da ist ich 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 guck ich ich Genau. So, wo gehe ich lang? Da lang oder da lang? Ich gehe jetzt mal hin. Hat mich Wahl der Wahl. Ihr kotzt mich so. Was war ein... Ah! Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum die weggerannt sind. Was ist denn hier? Nichts ja gar nicht... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss mich draußen überraschen können, oder was? Hä? Komm doch her, Mann. Der weite Radkrachenzahn. Ich gehe mit ihm. Hier werden wirklich alle wahnsinnig. Nicht nur ich, sondern... Auch alle anderen. Das sieht nach einem sehr großen Gebiet aus. Jetzt weiß ich aber auch nicht, was der richtige Weg ist. Das ist entweder der oder der andere. Wie war's? Ich gehe mit ihm aus dem Weg. Ich gehe mit ihm aus, sondern er sieht doch aus. Und er geht ja langsam aus. Ich kann nicht einmal aus den Weg zu ihm. Ich bin ja auch nicht auf. Das war das auch nicht genau. Ich bin doch immer noch alles. Ich bin ja auch nicht auf. Glocke, das sind ja auch nichtaría. Ich bin ja auch einfach mal. Ich bin ja. Da will ich in unserem Zustand gar nicht rein. Ah, der fuck. Ah. Weiß nicht. Ich kenn's doch gar nicht. Was soll ich das wissen? Na toll. Ganz ruhig. Wir sind zwar alle schon ziemlich angeschlagen, aber wir kriegen das hin. Das ist immer das, was ich nicht ausgerüstet habe. Toll, ich hab's nicht mehr getroffen. Blödes Mistvieh. Was ist denn das für ein Vieh, Mann? Was ist denn das für ein Vieh, Mann? Was ist das für ein Vieh? Wo ist das für ein Vieh, Mann? Das war's für mich. lecker ich habe nichts mit einem kind zu schaffen gehabt das hoffe ich aber auch wir werden mit dem kind nichts zu schaffen gehabt der Last das war mit seinen augen so einfach gekriegt ohne ein kampf so dass er das siegel ist so ein gottes zeichen von musik erhalten schön nein ich möchte mich riskieren hier schon wieder was draufgerechnet zu kriegen einfach so jetzt können wir zum eingang zurückkehren wir haben schon was gefunden man mit der segnung übertragen die göttlichen sechs ihre kräfte ich weiß schon wie es ist Ja. Ja. Das ist der König. Oh. Da war das doch zu langweilig. Egal, als ich nach Raijin er confianze. Dalehungen über das aber, muss ich sagen, von Raijin arbeiten bis zu den Hohenbogen. Das war das Raijin das mit Raijin, um archives die Forscher wieder zurückzugeben. Das war es jetzt noch keine Liefen. Damit ist es noch nicht gingen. Ah, zu Raijinin in der Karriere. Holen wir uns zurück. Ich spiele diese Geräusche. Hätte ich gedacht, dass er jetzt das Kapitel schon wieder vorbei ist. Wahrscheinlich erst, wenn wir uns die Regalier zurückgeholt haben. Man kann sich den Titanreifen nochmal anlegen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ob wir die Regalier zurückkriegen, das erfahren wir dann allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.